Nach Abschaffung der Wehrpflicht hat die Bundeswehr ein Nachwuchsproblem. Und immer mehr Soldaten brechen vorzeitig ihren Dienst ab. Dabei hat man dort angeblich einiges zu bieten. Die Bundeswehr ist ein riesengroßer Arbeitgeber, der uns alle Chancen bietet. Fünf Schüler aus Magdeburg wollen herausfinden, was die Bundeswehr zu bieten hat und machen zwei Wochen lang ein Praktikum. Also Schießübungen in der Grundausbildung, wenn ich jetzt anfangen würde, das würde mir schon sehr Spaß machen. 14 Tage zwischen harter Arbeit und kleinen Jungsträumen. Fahren wäre schon schön, weil es sind ja doch beeindruckende Geräte mit ziemlich viel Power, die können schon ganz schön laut werden. Beruf Soldat, ein Beruf mit Risiko. Tino Kessner verlor im Afghanistan-Einsatz sein linkes Bein. Man sollte sich im Klaren sein, das ist kein Urlaub. Das ist kein Abenteuerurlaub. Ziehe für den quem Show. Wenn das ist irgend das Thema-An coating. Meine Damen und Herren, wir kaufen ihn zur Beschreibung. Wenn du nicht ähn, das climbs das Bein. Das schnellen er AWin oder пробeload. Ich ziehe dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017